Liebe Kunden, verehrte Gäste, in wenigen Momenten erwartet Sie hier unser schön genanntes Geburtstagsfeuerwerk. Aus Sicherheitsgründen bitten wir Sie darum, mindestens zwei Meter Abstand zur Straße zu halten. Den besten Blick haben Sie ohnehin in der Mitte des Hermann-Iders-Platzes. Das Schloss wünscht Ihnen viel Vergnügen. Mitkontext Vergnügen Mitkontext Vielen Dank. 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 Yeah. Yeah.